Hannover setzt auf Dialog, Einblicke in das Zeitzentrum für Zivilcourage und wie viel smart ist wirklich smart? Autor Arno Strobl über sein neuestes Buch, die App. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Der mutmaßlich antisemitisch motivierte Angriff vor einer Synagoge gestern in Hamburg zeigt wieder einmal, wie wichtig die Auseinandersetzung mit der dunkelsten Zeit der deutschen Geschichte ist. In Hannover entsteht jetzt ein Zentrum, in dem genau das möglich ist. Joscha Weidenfeld war bei der Vorstellung des Zeitzentrums Zivilcourage dabei. Nur einen Steinwurf vom neuen Rathaus entfernt soll das Zeitzentrum Zivilcourage Geschichte erlebbar machen. Dafür stehen 45 ZeitzeugInnen bereit, die die hannoverische Bevölkerung in der Nazizeit repräsentieren. Die Biografien sind von Opfern und Verfolgten des Nationalsozialismus ebenso wie von überzeugten NationalsozialistInnen, Mitlaufenden und HelferInnen des Regimes. Jeder Mensch bekommt eine Biografie als Spurenkarte mit auf dem Weg und kann durch alle Module im Zeitzentrum Zivilcourage Spuren finden. Und Stück für Stück erforschend wie ein Großpuzzle setzt sich diese Biografie zusammen und bietet damit einen ganz eigenen Zugang. Macht neugierig. Man bekommt nicht alles serviert, guckt einmal durch und hakt es ab, sondern man erarbeitet sich diese Biografie selber und bekommt dadurch einen ganz eigenen Zugang. Mitmachen oder widerstehen, so lautet die übergeordnete Fragestellung des Rundgangs. Wie mutig oder angepasst ist man? Aus den in den sechs Modulen selbst erarbeiteten Geschichten sollen Überlegungen und Nachfragen zum eigenen Handeln in der Gegenwart und Zukunft entstehen. Die Einrichtung ist aber weder Gedenkstätte noch Museum. Das Zeitzentrum ist ein außerschulischer Lernort, der sich aus der Geschichte heraus mit dem Heute beschäftigen kann. Das gibt uns viele Freiheiten. Die Gedenkstätte muss der Opfer gedenken. Das ist ihre Aufgabe und das ist eine wichtige, auch für die Gesellschaft wichtige Aufgabe. Wir haben die Chance, unsere Themen sehr viel breiter zu streuen. Wir können an diesem unbelasteten Ort sowohl Opferbiografien als auch Tätergeschichten erzählen und uns damit eben auch fragen, wie war die Struktur des SS-Staates und was sind Diktaturen allgemein und wie verhalten sich Menschen in Diktaturen? Die Planungsphase einer solchen Einrichtung reicht schon viele Jahre zurück. Der Rat- und Kulturausschuss der Landeshauptstadt hat das Vorhaben parteiübergreifend unterstützt. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass in den vergangenen Jahren Fremdenfeindlichkeit, offener und latenter Antisemitismus und rechtsextreme Hetze lauter wurde. Das Zeitzentrum Zivilcourage ist in dieser Form einzigartig in Deutschland. Das Besondere am Hannoverschen Zeitzentrum Zivilcourage ist, dass der biografische Zugang zu Lokalgeschichte konsequent über einzelne Biografien erschlossen wird. Dieser Zugang ist in der Weise meines Wissens nirgendwo anders zu finden. Das Alleinstellungsmerkmal ist, dass eine reiche Besuchererfahrung stattfindet mithilfe einer detektivischen Personenrecherche. Das Zeitzentrum Zivilcourage ist voraussichtlich ab dem Anfang des kommenden Jahres für interessierte Besucherinnen und Besucher geöffnet. Und willkommen zu den Meldungen des Tages, jetzt für Sie zusammengefasst von Martin Schlüter. Vor allem städtische Einrichtungen waren heute in Hannover von Streik betroffen. Im Rahmen der aktuellen Tarifverhandlungen hatte die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün und das Friedhofsbüro Enge Sohde blieben geschlossen. Zu Streikmaßnahmen kam es auch im Fachbereich Recht, Fachbereich Soziales und in den Herrenhäuser Gärten. Alle Friedhöfe und Gärten, einschließlich der Herrenhäuser Gärten, blieben jedoch geöffnet. Am Mittwoch wird dann voraussichtlich wieder die Östra bestreikt. Ein neues Stadtportal für Hannover aus Hannover ist heute online gegangen. Unter www.gemeinsamhannover.de können sich Unternehmen darstellen und die BürgerInnen sich gezielt über digitale Angebote lokaler Unternehmen informieren. Hannover stärke mit dem Online-Portal Gemeinsam für Hannover den digitalen Standort und helfe gleichzeitig den Gewerbetreibenden vor Ort. Gleich zu Beginn der schweren wirtschaftlichen Krise durch Covid-19 hat sich eine große Allianz aus Vereinen, Unternehmen, Organisationen und BürgerInnen hinter die lokale Wirtschaft gestellt und für den Konsum in der eigenen Stadt geworben. Im vergangenen Monat wurde in Nordrhein-Westfalen eine Razzia durchgeführt, bei der insgesamt 34 Dienststellen und Privatwohnungen durchsucht wurden und die Ergebnisse sind erschreckend. Rechtsextreme Netzwerke bei der Polizei scheinen keine Einzelfälle zu sein und man darf annehmen, dass diese Tendenz über die Landesgrenzen hinausgreift. Darüber möchte ich mich mit der innenpolitischen Sprecherin der Grünen im niedersächsischen Landtag, Susanne Menge, unterhalten. Hallo Frau Menge, schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ich habe es bereits angedeutet, die Polizei als Bestandteil der Exekutive zählt Rechtsextreme in ihren Reihen. Und hier zunächst mal die Frage, was genau wissen wir denn über die Zustände bei der Polizei in dieser Hinsicht und vielleicht auch in unserem Bundesland Niedersachsen? Ich kann nur sagen, was wir aus Niedersachsen wissen und es ist betont worden im letzten Innenausschuss, dass es keine Verbindungen gibt, keine erkennbaren Erkenntnisse zu Verbindungen. Wir wissen aber aus einer Antwort, dass wir auch in den vergangenen Jahren von wenigen Fällen sprechen können. Das ist eine Anfrage von uns auf den Weg gebracht worden, die mein Vorgänger Belit Ohnay noch mit unterzeichnet hat. Und die Antwort ist, dass es durchaus auch diese Fälle in Niedersachsen gibt. Jetzt zeigt man sich von vielen Seiten relativ überrascht. Sie haben den Fachbegriff des Einzelfalls schon in den Raum geworfen. Dieses Thema ist kein neues. In den 90er Jahren gab es da schon Studien zum Betriebsklima bei der Polizei, was sehr ausgrenzend sein soll. Hat man hier einfach zu lange weggeschaut oder wurde da vielleicht sogar institutionell etwas verschleiert? Ich glaube ja, weil ich aus einer Berufsgruppe komme, bin auch verbeamtet und ich bin es gewohnt, dass man sich Auseinandersetzungen stellt, dass man sich auch Probleme stellt und dass man auch offen ist für Analysen, für Studien. Das ist bei unserer Polizei offenbar ein ganz schwieriges Feld. Eine Exekutivkraft, die von sich behauptet, wir sind die Starken, wir haben das im Griff und wir stehen auf dem Boden unserer Demokratie und wir verteidigen diesen Rechtsstaat. Das kann man so nach draußen tragen, aber die Polizei ist ja nicht ein völlig anderes Abbild von gesellschaftlichem Querschnitt. Und wenn wir in eine Gesellschaft Diskussionen führen und wenn wir politische Auseinandersetzungen haben, dann ist das selbstverständlich auch ein Thema in der Polizei wie in jeder anderen Berufsgruppe. Und ich glaube wirklich, dass es notwendig ist, da genauer hinzugucken und auch innerhalb der Polizei solche Auseinandersetzungen zu führen. Wie soll das sonst funktionieren, wenn ich eine Fehlerkultur ablehne oder wenn ich eine Auseinandersetzung nicht so gerne möchte, ich habe dann irgendwann mit den großen Fehlern zu kämpfen und das müssen wir verhindern. Und da müssen wir alle mitnehmen und auch die Polizei. Und ich glaube auch, dass der Großteil der Polizei offen ist für so etwas. Ja, in dieser Hinsicht wird ja auch häufig die Datenlage bemängelt und eine Studie oder der Ruf nach einer Studie zu Racial Profiling wurde ja auch relativ souverän vom Bundesinnenminister Horst Seehofer abgeschmettert. Was muss nun unternommen werden, um Aufklärung zu schaffen oder anders gefragt, Horst Seehofer in dieser Debatte umzustimmen? Die Innenminister, Innenministerinnen der Länder müssen aktiv werden. Das ist Länderaufgabe in erster Linie. Wenn der Bund nicht mitzieht, dann müssen wir zusammenhalten und dann müssen wir gemeinsam was auf die Beine stellen, gemeinsam mit der Polizei. Racial Profiling ist eine Sache. Auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen ist eine andere. und Rechtsstaatlichkeit auch nach außen zu vertreten. Das heißt, wir müssen beim Racial Profiling arbeiten, was in der Ausbildung die Fragestellung zu Diversität betrifft, was die Fragestellung zu anderen Kulturen betrifft. Also diesen ganzen Bereich beleuchten, Perspektive wechseln, aber die Rechtsstaatlichkeit zu vertreten in der Exekutive als Polizist, als Beamter dieses Landes oder Beamtin dieses Landes, heißt, ich muss nach außen diesen Staat vertreten und das, was im Grundgesetz verankert ist. Und das ist eine politische Debatte und das ist eine politische Bildungsaufgabe. Offenbar haben wir dieses Problem in der Gesellschaft und sie trifft alle, also auch die Polizei. Die müssen gemeinsam mit uns daran arbeiten, dass sich dieses Bild wie selbstverständlich wieder in der Öffentlichkeit vertreten lässt. Ja, klingt für mich, als müssten wir aus der Perspektive der sich häufenden Einzelfälle rauskommen und mal wirklich hinter die Oberfläche gucken. Susanne Menge, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. Ja, während man vor ein paar Jahrzehnten noch gegen Bürgerzählungen demonstrierte, nutzen mittlerweile immer mehr Menschen freiwillig Anwendungen, die das Leben vermeintlich smarter machen sollen, aber eben auch Daten über die Privatsphäre sammeln. So auch bei den Protagonisten in dem neuesten Buch von Arno Strobl, Die App. Wir haben den Bestsellerautor bei seiner Lesung in der Apostelkirche besucht und zu seinem aktuellen Werk befragt. Ein bisschen unheimlich sieht sie ja schon aus, die Apostelkirche Ende September. In ihrem Inneren ging es nicht minder unheimlich zu, denn Arno Strobl hat aus seinem neuen Psychothriller Die App gelesen. In dem Buch geht es um Adam, einem Smartroom-System, das im Zusammenhang mit brutalen Ermordungen steht. Wie man es von Strobl gewohnt ist, will man sich beim Lesen der Geschichte um den Chirurgen Hendrik manchmal fast die Hände vors Gesicht schlagen. Wie muss man als Autor denn drauf sein, um über so extreme Gräueltaten zu schreiben? Ich glaube, letztendlich wäre fast jeder dazu in der Lage, wenn er sich darauf einlassen würde. Man hat, ich glaube, das Unterbewusstsein baut so eine Hemmschwille auf, dass man sich über gewisse Dinge einfach nicht nähere Gedanken macht. Warum auch im alltäglichen Leben? Mein Unterbewusstsein weiß ja, womit ich mehr Geld verdiene und dass ich diese Gedanken machen muss, um meine Geschichten schreiben zu können. Und deswegen glaube ich, kann ich das auch. Und deswegen schaffe ich es auch, mich fallen zu lassen. Ich habe für mich immer die Entschuldigung. Ich mache mir diese grausigen Gedanken teilweise, weil ich sie für meinen Beruf brauche. Was sich jetzt wohl jeder fragt, der schon einmal einen Strobl-Roman gelesen hat, wurde jemals eine Figur entwickelt, bei der von Anfang an klar war, die macht es nicht bis zum Ende. Ja, das kommt durchaus vor. Es gibt also tatsächlich Figuren, die ich bei der Einführung, wo ich bei der Einführung schon weiß, es tut mir furchtbar leid, aber du wirst nicht lange überleben. Das weiß ich in der Tat, ja. In die App passieren eine Reihe schrecklicher Dinge. Warum lesen denn trotzdem so viele Menschen das Buch? Steckt in jedem Strobl-Leser etwas Böses? Nein, ich glaube, es ist tatsächlich dieser Effekt, dass man auf der einen Seite über ganz furchtbar schlimme Dinge liest, auf der anderen Seite sich selbst, da wenn absolute Sicherheit zu Hause gemütlich auf der Couch weiß und weiß, es ist nur eine erfundene Geschichte. Ich glaube, genau diese Fallhöhe zwischen dem realen Leben, gemütlichen Leben zu Hause und den schlimmen Dingen, die nur fiktiv im Buch passieren, glaubt man ja. Ich glaube, das macht die Faszination an der Sache aus. Für die meisten seiner Bücher nimmt Strobl sich vier bis fünf Monate Zeit. Zu seinem Bedauern fängt er meist jedoch erst drei Monate vor dem Abgabedatum an. Aber am besten arbeitet er unter Zeitdruck, sagt er. Nebenbei hat er für Matthias Schweighöfer die Serie You Are Wanted geschrieben und zusammen mit dem Krimi-Autoren Andreas Winkelmann produziert er den Podcast Zwei Verbrecher. Mir macht meine Arbeit sehr, sehr großen Spaß. Es macht mir großen Spaß, meine Bücher zu schreiben. Aber ich mache das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Und natürlich ist es immer wieder schön, wenn man zwischendurch auch mal etwas einschieben kann, was zwar schon mit dem Beruf zu tun hat, aber auf irgendeine Art und Weise anders ist. Das ist einfach der Reiz des Neuen. Und deswegen mache ich hier und da schon mal so einen Ausfallschritt, was aber nichts daran ändern wird, dass ich weiterhin mit großer Freude meine Bücher schreiben werde. Wer sich vorher einen Krimi-Autoren als verschoben und vielleicht sogar menschenscheu vorgestellt hat, wird bei Arno Strobl enttäuscht. Bei seiner Lesung hat er seinem Publikum viele Fragen beantwortet und aus dem Nährkistling geplaudert. Sein Buch, die App, ist im Fischer Verlag Ende September erschienen und sorgt für ein paar entspannte, schaurige Stunden. Im September haben wir bereits mehrfach kurze Ausschnitte der Reportage unseres Autors Florian Euler über die Expo 2000 hier im Lokalmagazin 0511 gezeigt. Dabei ging es zum Beispiel um das Exposeum, eine Bürgerinitiative für Umweltschutz, den Peppermint-Pavillon oder ein Interview mit dem damaligen Bürgermeister Herbert Schmalstieg 20 Jahre nach der Weltausstellung. Morgen um 19 Uhr haben Sie die Möglichkeit, diese Expo-Reportage in Ihrer ganzen Länge zu schauen und dabei wünschen wir Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung. Und das war es dann auch schon wieder für heute mit 0511. Morgen begrüßt Sie an meiner Stelle Jasmin Janosch. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.